So ihr Freunde der Südsee, willkommen zurück Multiplayer mit mir dem Nickels, Call of Duty Ghosts und Strike irgendwas. Na ok, alles klar, Assault Rifles sind irgendwie noch nicht meins in der ganzen Bucke hier, ich bleib mal bei der Vector. Ich sag wie gesagt, herzlich willkommen zum Multiplayer Modus und nicht vergessen, ich bin der Nickels und jetzt abonnieren. War natürlich nur ein Spaß, ich würde sagen, just in diesem Moment sind die Zuschauerzahlen um mindestens 99% zurückgegangen. Wie gesagt, es war nur ein... Alter, da war ich ja sofort tot, da war ich ja sofort tot. Alter, ich sterb die ganze Zeit sofort, das ist krass. So, es ruckelt hier auch so ein bisschen, auf der Map ruckelt es irgendwie immer. Ich hab vielleicht... Schande, Alter, das geht echt zum Teil gar nicht klar. Oh oh, ja, ich lauf aber auch genau rein, ne. Es ist zum Kotzen, es ist absolut zum Kotzen. Egal, ich bin der Nickels von Team Spacels Play, ich begrüße euch recht herzlich. Oh, wow, das ist mein Comeback, jetzt geht's erst richtig los, denn ich sterbe schon wieder, natürlich, was auch sonst. Egal, ach Gott, ach Leute, ich bin immer noch vollkommen fertig von dem Launch Event, das muss man einfach mal so sagen. Es war aber auch hammergeil. Jetzt konzentrieren wir uns aber ausnahmsweise mal auf den Multiplayer Modus, was uns nicht so einfach fällt, denn ich sterbe hier am laufenden Banderer, von daher... Ja, alles klar, ich krieg die Waffen noch nicht so wirklich hin. Ich bleib erstmal bei der Bison, ich glaub, damit bin ich bis jetzt von den ganzen schlechten Malen immer noch mit am besten gefahren. Also, was soll's, da machst du halt nix. Ich muss auch mal mich bei Gelegenheit jetzt reinfuchsen, was ich alles noch freischalten kann, was ich noch freischalten sollte. Und so weiter, ich habe irgendwas erhalten. Ich muss den Abschluss mit meiner Sekundärwaffe hier machen, hab ich gerade gehört. Aber das geht natürlich gar nicht. Ich bleibe auf der Bison. Es ist auch ziemlich laut, ich hätte mal ein bisschen den Sound runterstellen müssen vom Call of the Ghost. Ich hör halt echt tatsächlich maximal nichts. Und, äh... Ich komme tatsächlich mit der Map relativ schlecht klar. Und... What the fuck? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß aber auch nicht so wirklich, warum. Irgendwie ist mir die noch so ein bisschen gewuselig. Es gibt, glaub ich, halt echt sehr viele Wege, die man hier nehmen kann. Oh, Leute, ich hab die, glaub ich, einfach mal außerhalb der Map geworfen. Die Flash. Es war natürlich Premium-Vorderste-Klasse. Und von allen Seiten kommen sie schon wieder. Was habe ich denn mittlerweile? Zwei... Zwei elf? War mich ein elfmal gestorben? What the fuck? Oh, so viele Gegner. Es ist... Es ist... Es ist einfach zu viel. Es ist generell einfach komplett, die gesamte Zeit, zu viel. Junge, ich mach dich mit der Pistole fertig. Ich mach dich auch mit der Pistole fertig, mein Freund. Fress mein Blei. Auf die oder die andere Art und Weise. Das ist mir egal. Es bleibt bei dir, mein Freund. So oder so, gehst du down. So, Jungs, wir liegen aber krass. Was ist da los? Was ist da... Ich bin der letzte Kill gewesen. Ich war der letzte Kill. Oh Gott, ich hab 4-14. Es ist so schlecht. Es ist so, so schlecht. Aber es ist so schlecht und darum ist es so gut. Und darum macht es so viel Spaß. Und man kann drüber lachen. Und alles ist einfach awesome. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich. Haut rein, Leute. Wir sehen uns an anderer Stelle. Bestimmt mal wieder. Tschüss. Während im Hintergrund einfach alles explodiert. Natürlich, unbedingt. Der atomare Krieg lauert ja auf jeder Schwelle.